Hi, hallo, Dr. Mollrock ist mein Name. Mein Name ist Dexter. Hi, ich bin Senior Schnu, freischaffender Künstler, vorrangig Skulpturartist. Und ich mache hier in John Reed in Düsseldorf mit ein paar anderen Artkünstlern die Räume fresh. Was ihr hier im Hintergrund seht, ist so ein klassisches Bild von mir, zumindest was meine Wandgestaltung betrifft. Also ich nehme Symbolismus und verpacke den in so eine Art 8-Bit-Arkade-Optik. Ich arbeite gerne mit Sprühdosen, weil es einfach unglaublich geil ist, dass es so dirty ist, aber man trotzdem ganz klare Kanten ziehen kann. Einfach das Traummedium, um damit zu arbeiten. Ja, was meiner Meinung nach John Reed so einzigartig macht, ist der Fakt, dass man hier nicht nur den Körper trainiert, sondern auch den Geist und Tier ist alles auf den Punkt gebracht. Das ist nicht nur ein langweiliges, schnödes Fitnessstudio, sondern hat auch den Aspekt, dass neben den Muskelgeräten auch was fürs Auge geboten wird. An John Reed finde ich interessant, vor allem diese Offenheit für Kunst, dass verschiedenste Künstler eingeladen werden, irgendwie die Wände zu gestalten oder Installationen oder Skulpturen zu bauen. Und ja, das macht so ein bisschen diese Vielfalt dieser Fitnessstudios aus. Also ich habe hier auch die Anamorphose gemacht. Wenn ihr da an dem richtigen Punkt steht, der auf dem Boden markiert ist, dann könnt ihr da ein Teil von dem Kunstwerk sein. Das ist unglaublich geil. Das muss man halt persönlich erleben, deshalb muss man einfach hinkommen. Ja, ansonsten noch viel Spaß in eurem John Reed. Pump up the Jam. 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 Pump up the Jam.